Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klarhämer-Ukulele. Heute wird aber nicht geklarhämmert, heute steht der Song Wonderful Tonight von Eric Clapton auf dem Programm. Dieses Video hier ist der zweite Teil eines Tutorials. Der erste Teil, zu dem du dich da oben hier hinklicken kannst, der behandelt grundsätzlich ganz leicht, wie man den Song spielen und dazu singen kann. Dieses Video hier ist etwas anspruchsvoller. Ich möchte dir dieses markante Intro mit dem gezogenen Gitarrenton mal vorführen und dazu noch eine Fingerstyle-Begleitung, die etwas raffiniertere Harmonien beinhaltet. Wenn du also noch nicht ganz so versiert bist, schau dir lieber erst noch mal Teil 1 des Tutorials an und wenn du damit klar kommst, dann komm wieder hierher und dann können wir loslegen. Falls du noch Fragen oder Probleme mit ganz grundsätzlichen Aspekten des Ukulele-Spiels hast, also Fingerhaltung, Fingeranschlag greifen, Griffbilder lesen, Tabs lesen usw., dann drück du mal hier oben drauf. Da findest du eine Playlist und in der Playlist sind alle Folgen aus meiner Reihe Ukulele-Grundlagen. Die richtet sich an Anfänger oder an Fortgeschrittene, die ihr Wissen ein bisschen auffrischen wollen. So, bevor wir uns aber jetzt unserer raffinierten Version von Wonderful Tonight widmen, unten in der Beschreibung findest du einen Link. Wenn du da drauf drückst, kommst du zu einem PDF. Das kannst du dir downloaden und ausdrucken und da findest du die Tabulatur zu allem, was ich heute hier in diesem Tutorial mache. Es ist ein bisschen komplex, deswegen lad dir es runter, druck es aus. Es wird dir wirklich helfen, dich mit diesem Tutorial hier zurechtzufinden. Hast du alles beieinander, was wir brauchen? Tabs ausgedruckt, Grundlagen aufgefrischt, dann kann es losgehen. Als erstes will ich dir jetzt mal vorspielen und vorsingen, wie es am Ende klingen soll und dann arbeiten wir uns Takt für Takt durch dieses relativ schwierige Arrangement hindurch. Viel Spaß und viel Erfolg! It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say yes, you look wonderful tonight. I feel wonderful. Because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. movie 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 Werfen wir mal einen Blick auf das markante Intro, diese kurze Gitarrenphrase, die ganz am Anfang und dann auch immer nach der Strophe kommt, die ist deswegen so markant, weil sie einen Zieher enthält, also die Seite wird an einer Stelle gezogen, im Englischen nennt man das Bending, im Deutschen sagen wir, man zieht eine Seite und zwar ist es diese Bewegung. Man greift also, die meisten ziehen so am liebsten mit dem Ringfinger, ich zum Beispiel, zur Verstärkung nehmen wir noch Zeiger und Mittelfinger dazu, den Daumen dürfen wir ausnahmsweise mal hier oben drüber legen, den Handballen ruhig hier mal drauf, zur Unterstützung, also ich meine diesen Teil hier unter dem Zeigefinger, so und dann richtig schön anfassen und dann einfach mal zupfen und die Seite so hoch schieben. Probier's einfach mal aus, also Daumen zur Sicherheit mal oben drüber, drei Finger so um den Ringfinger zu unterstützen und ruhig hier ans Griffbrett ran, an den Hals und dann mal nach oben ziehen. Wenn du das so von der Bewegung einigermaßen drin hast, dann versuchen wir das mal etwas gezielter zu machen. Man muss sich vor dem Zieher fragen, wohin will ich eigentlich ziehen, also welcher Ton soll dann erklingen, wenn die Seite gezogen ist. Wenn man sie nicht zieht, hat man ja in dem Fall hier ein A, also fünfte Seite, fünfter Bund der zweiten Seite, dann haben wir dieses A und wenn wir es jetzt hochziehen, können wir ja das um einen halben Ton machen, dass wir also sozusagen das B haben hier dieses, können also das A greifen und hochziehen und dann klingt es genauso wie das B hier. Man kann das natürlich noch weiter ziehen und dann versuchen in die Nähe des H hier zu kommen. Ich versuche es mal so gut ich kann. Wer genau hinhört, merkt, dass ich es nicht ganz erreiche, aber genau das macht den Charme von so Ziehern aus, dass man manchmal zwischen den Tönen sich bewegt und dadurch erreicht man so einen bluesigen Sound, den man ohne Zieher nicht hinbekommt. Unser Ziel wäre also, möglichst in die Nähe dieses H hier zu ziehen. Also das wäre der Zielton und ich greife mit dem Ringfinger hier im fünften Bund der zweiten Seite und versuche da hinzukommen. Ja, fast. Das Ganze muss natürlich auch irgendwie in die Melodie reinpassen. Das Intro würde ja normalerweise so klingen. Mit normalerweise meine ich ohne Zieher, also. Und diesen Ton hier, den höchsten, das H, das wollen wir eben ziehen. Und dann klingt es so. Und genau diese kleine Phrase schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sie beginnt, wie du hier sehen kannst, im zweiten Bund der dritten Seite. Dafür nehmen wir den Zeigefinger. Und dann kommt gleich der Zieher. Und jetzt interessiert mich der Ton, der auf den Zieher folgt. Der wird nicht mit der rechten Hand angeschlagen, gezupft. Also nicht etwas so. Sondern der entsteht einfach dadurch, dass wir den gezogenen Ton wieder entziehen, sozusagen entspannen und die Seite wieder in ihre normale Lage zurückkommt. Und dadurch entsteht dieser Ton automatisch. Hören wir mal zu, was ich meine. Wir spielen also nicht. Sondern wir lassen den Anschlag beim zweiten Ton weg. Der entsteht ganz automatisch, wenn der Ringfinger wieder nach unten geht. Du darfst also nach dem Ziehen auf keinen Fall mit dem Druck hier nachlassen, sondern musst mit demselben Druck wieder in die normale Seitenposition rein. Das muss man ein bisschen üben. Aber wenn du das übst, dann kriegst du Sinn. Und dann klingt die Phrase so. Und jetzt gehen wir zurück in den harmonischen oder melodischen Zusammenhang. Du kannst mal unten in die Tabs schauen. Los geht's hier mit dem Zeigefinger auf dem zweiten Ton der dritten Seite. Da ist diese Phrase. Und das müsstest du ein paar Mal probieren. Also fang an mit dem Zeigefinger hier unten auf dem zweiten Punkt der dritten Seite. Und dann geht's los. Du kannst es auch gern mit dem Daumen machen. Versuch das ruhig ein paar Mal, bis du es einigermaßen drin hast. Und dann versuchen wir es im Zusammenhang mit der Fingersteilbegleitung, die du unten in den Tabs siehst. Wir schauen uns die erste Zeile jetzt mal ganz genau an. Der kleine Finger liegt am fünften Bund der ersten Seite. Der Mittelfinger liegt auf dem dritten Bund der zweiten Seite. Und der Zeigefinger liegt auf dem zweiten Bund der dritten Seite. Das ist eine Haltung oder ein Griffmuster, was wir uns mal gut einprägen. Das brauchen wir nämlich dann im weiteren Verlauf des Songs recht häufig. Und dann haben wir ein Zupfmuster, das folgendermaßen funktioniert. Also Daumen, vierte Seite, Zeigefinger, dritte, Mittelfinger, zweite Seite, Ringfinger, erste Seite. Ich spreche gerade über die rechte Hand. Diese Finger sind immer für jeweils eine Seite zuständig. Ich habe es gerade erklärt. Seite 1, Ringfinger, Seite 2, Mittel, Seite 3, Zeige, Seite 4, Daumen. Und dann zupfen wir einfach diese Phrase. Und dieser letzte Ton hier, der ist gleich der erste Ton unseres Spezial-Seiten-Zieh-Intromotivs. Und den spielen wir gleich im Anschluss an das Zupfmuster, so wie wir es vorhin geübt haben. Also machen wir es mal ganz langsam. Das wäre der erste Takt. Weiter geht es mit Takt 2. Da lassen wir den Ringfinger gleich mal da liegen, wo er vom Zieher ohnehin noch liegt. Nehmen den kleinen Finger und packen ihn daneben hier auf den sechsten Bund der dritten Seite. Und dann ergibt sich folgendes Arpeggio. Und dann müssen wir auch schon wieder unsere Zieh-Phrase machen. Allerdings ist dann der letzte Ton der vierte Bund der dritten Seite, Mittel-Mittelfinger. Also mal nur der zweite Takt. Ringfinger liegt noch auf dem fünften Bund der zweiten Seite. Nehmen den kleinen Finger dazu hier und dann klingt es. Und dann unsere Phrase. Im Takt 3 lassen wir den Mittelfinger liegen, wo er noch vom Ende von Takt 2 ohnehin liegt. Zupfen dann, nachdem wir den Zeigefinger auf den dritten Bund der ersten Seite gelegt haben, folgendes Muster. Ganz einfach, Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger. Und dann machen wir unsere Phrase. Diesmal fangen wir allerdings nicht wie die ganze Zeit hier mit dem Zeigefinger im zweiten an, sondern mit dem Mittelfinger im vierten Bund. Und dann legen wir den kleinen Finger wieder auf den sechsten Bund der dritten Seite. Und dann kommt diese Phrase zu einem logischen Ende. Den Rest des letzten Taktes schaue ich mir später noch genauer an. Ich gehe jetzt nochmal ganz langsam durch die ersten drei Takte. Im letzten Takt dieses Intros, da siehst du ein paar Double Stops, also zwei Töne werden gleichzeitig gespielt. Die funktionieren so. Zeigefinger auf den zweiten Bund der ersten Seite, Mittelfinger auf den dritten Bund der zweiten Seite. Das wäre der erste Doppelklang hier. Dann Zeigefinger, ein Bund nach oben auf den dritten. Hier unten auf der zweiten Seite nehmen wir den dritten Finger, den Ringfinger im fünften Bund. Und dann ein größerer Sprung. Der Zeigefinger rutscht auf den siebten Bund. Und wir greifen mit dem Mittelfinger den achten Bund der zweiten Seite. Also im Zusammenhang. Und das wäre auch schon das Intro. Machen wir mal wieder Strophe weiter. Vom Gesang her würde jetzt die Textstelle It's Late in the Evening kommen. Und da geht es mit G los. Wir greifen das G-Dur allerdings etwas anders als normal. Wir nehmen den kleinen Finger, legen ihn hier auf den fünften Bund der ersten Seite, den Mittelfinger auf den dritten Bund der zweiten Seite und den Zeigefinger auf den zweiten Bund der ersten Seite. Du kannst es unten hier in den Tab sehen. Und so greifen wir unser G-Dur. Wir werden das im ganzen Stück so machen. Immer wenn G-Dur da steht, fast immer, dann greifen wir so. Und die rechte Hand macht folgendes. Mittel- und Ringfinger greifen hier erste und zweite Seite. Zeigefinger greift die dritte Seite, spielt die dritte Seite und der Daumen die vierte. Das behalten wir übrigens ziemlich konsequent im ganzen Stück so bei. Daumen, vierte Seite, Zeigefinger dritte, Mittelfinger zweite Seite, Ringfinger erste Seite. Ja, und wenn du dich daran hältst, dann kannst du jetzt mal den ersten Takt hier unten mit mir spielen. Der geht nämlich so. Also Daumen, Mittel- und Ringfinger auf Schlag 1 und dann kommt der Zeigefinger. Und dann immer abwechselnd Mittelring, Zeige, Mittelring, Zeige, Mittelring, Zeige. Zusammen. Im zweiten Takt haben wir ein D4. Machen wir so. Wir nehmen den Mittelfinger weg und klappen den Zeigefinger um, sodass er die zweite und dritte Seite in Paris greift. Also vorher war es so. Jetzt umklappen. Die vierte Seite bleibt leer. Und dann klingt der Takt so. Im dritten Takt nehmen wir den Zeigefinger jetzt wieder weg aus der Barry-Haltung und greifen nur in der dritten Seite den zweiten Bund. So. Und dann haben wir ein C9. Und das klingt so. Und dann klingt so. Und dann nehmen wir den Mittelfinger einfach weg. Und dann haben wir ein normales D. Also normal für der Takt. Läuft also so. Zeigefinger, Barry über alle Seiten. Der kleine Finger bleibt die ganze Zeit oben auf Bund 5, der ersten Seite. Und dann legen wir am Anfang des Taktes den Mittelfinger auf den dritten Bund der zweiten Seite. Und dann kommt er weg. Und jetzt spiele ich nochmal ganz langsam die ganze erste Zeile mit dir zusammen durch. Du hast gemerkt, dass im vierten Takt der Daumen einen Einsatz mehr hat als in den anderen. Der spielt nämlich auf Schlag 1 und auf Schlag 3. Hören nochmal genau zu. Anschließend wird im Stück diese Zeile nochmal wiederholt. Vom Text her heißt es dann, sie put sound and make up und so weiter. Und anschließend geht es dann in die Passage and then she asks me. Und das wäre hier diese Zeile ab Takt 9. Und die spielen wir jetzt auch mal ganz langsam durch. Wir spielen zur Abwechslung mal ein ganz normales C. Der kleine Finger kommt weg vom fünften Bund der ersten Seite. Das Tupfmuster kennst du schon. Und können wir den ersten Takt hier unten mal zusammenspielen. Damit sich das Ganze etwas abhebt von der Zeile vorhin, habe ich jetzt den Daumen immer auf dem dritten Schlag bis Taktes nochmal zum Einsatz gebracht. Kann man aber auch weglassen, ist Geschmackssache. Dann haben wir in diesem Takt dasselbe wie vorhin. Gsus 4. Also so. Zeigefinger quer über alle Seiten. Kleine Finger oben auf Bund 5. Und am Anfang des Taktes kommt der Mittelfinger noch auf den dritten Bund der zweiten Seite. Und dann kommt er weg. Also spielen wir nochmal die zwei ersten Takte. von dieser Zeile hier unten. Dann normales G-Dur. Und dann machen wir einen sehr schönen Übergang hin zu dem E-Moll, indem wir hier ein B-Moll 7 spielen. Das ist ganz einfach zu greifen. Einfach nur ein paar Re-Zeigefinger über den zweiten Bund. Und so. Ich spiele den dritten Takt nochmal hier im Zusammenhang. Und jetzt kommt ein E-Moll 4. Da lassen wir den Zeigefinger so liegen. Nehmen nur den Mittelfinger, legen ihn auf den dritten Bund der zweiten Seite und den Ringfinger auf den vierten Bund der dritten Seite. E-Moll 4. Und dann sind wir endlich beim normalen E-Moll. Dann nehmen wir den Zeigefinger weg und legen ihn so hin und haben einen normalen E-Moll-Griff. Ich wiederhole nochmal die ganze Zeige hier unten. Und dann sind wir angelangt bei ein heißer Yes, You Look Wonderful Tonight. Da brauchen wir nochmal C-Dur. D-Sus 4 und D. Das kennen wir mittlerweile schon. Und dann G-Dur. Und jetzt will ich mal gleich in diese Brücke reingehen, in dieses I Feel Wonderful Because I See. Und da brauchen wir ein G7. Und das spielen wir ganz normal. Nämlich, wir greifen G7, Ringfinger auf dem zweiten Bund der ersten Seite, Zeigefinger auf dem ersten Bund der zweiten Seite und Mittelfinger auf dem zweiten Bund der dritten Seite. Und dann eine Überleitung hin zum nächsten C-Akkord. Und zwar spielen wir diese Phrase. Also Zeigefinger ist auf dem ersten Bund der zweiten Seite, Mittelfinger auf dem zweiten Bund der ersten Seite. Und wir spielen. Anschließend rutscht der Zeigefinger auf dem dritten Bund der zweiten Seite hoch. Der Ringfinger kommt auf dem fünften Bund der ersten Seite dazu. Und dann haben wir einen Übergang zu der nächsten Zeile. Ich werde es nachher im Zusammenhang nochmal erklären. Jetzt erst nochmal die hier unten langsam. And I see it. You look wonderful tonight. Ja, und jetzt geht es weiter mit I feel wonderful. Und da gehen wir im Griffbrett ganz schön nach oben. Nochmal zur Erinnerung, hier unten die zwei letzten Griffe aus der letzten Zeile. I feel. Und jetzt geht es los. Zeigefinger als Parégriff hier im siebten Bund. Dazu den Mittelfinger auf den achten Bund der zweiten Seite. Und dann haben wir C9. Dann den Paré nach unten schieben auf den fünften Bund. Der Mittelfinger geht auf den sechsten Bund der dritten Seite. Nochmal im Zusammenhang von vorne. C9. D7. Und jetzt haben wir wieder diesen schönen Übergang von G-Dur nach I-Moll, den wir schon aus der dritten Zeile kennen. G-Dur. B-Moll 7. E-Moll 4. Normales E-Moll. Noch einmal im Zusammenhang. I feel wonderful. Dann geht es weiter mit The Wonder of It All. Geht eigentlich genauso. Hier unten, das ist jetzt die letzte Zeile, durch die wir uns kämpfen müssen. Parégriff im siebten Bund. Und Mittelfinger auf den achten Bund der zweiten Seite. Anschließend das D7. Parégriff runterrutschen. Mittelfinger auf den sechsten Bund der dritten Seite. Und jetzt kommt I Just Don't Realize. Und da spielen wir so, dass der Zeigefinger einen Parégriff im siebten Bund spielt. Allerdings nur auf den Seiten 1, 2 und 3. Die da hier bleibt frei. Und dann legen wir dazu noch den Mittelfinger auf den achten Bund der zweiten Seite. Klingt dann so. Und zu guter Letzt haben wir dann denselben Griff hier, nur zwei Bünde weiter oben. Nämlich Zeigefinger im neunten Bund, Parégriff über die Seiten 1, 2, 3. Mittelfinger im zehnten Bund in der zweiten Seite. Du kannst es auch so spielen, wenn du willst. Ich habe mir es so angewöhnt. Jetzt spiele ich nochmal die letzte Zeile, bevor wir dann das Ganze mal im Zusammenhang üben. Puh, das war ein hartes Stück Arbeit heute. Wenn du es bis hierhin durchgehalten hast, Glückwunsch. Jetzt würde ich sagen, spul zurück. Am Anfang des Tutorials habe ich ja mal vorgespielt und vorgesungen, wie es klingen soll. Versuch mitzuspielen und mitzusingen. Wenn du noch Lust auf weitere schöne Ukulele-Songs hast, drücke oben drauf. Da ist die Playlist mit allen Folgen aus meiner Reihe Ukulele leicht gemacht. Ansonsten gerne mal ein Like hinterlassen. Kanal abonnieren. Und fleißig üben. Wonderful Tonight. Es ist ein absoluter Klassiker. Am Valentinstag ein absolutes Must-Have. Bei jedem Lagerfeuer eine ganz sichere Bank. Also die Mühe lohnt sich. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann.